Hallöchen und herzlich willkommen auf Parkstraße und Schlossallee. Ihr wisst ja, das ist der neue Sender von Magnolia. Und bevor ich euch ganz viel Spaß mit meinem Video wünsche, möchte ich euch natürlich erst mal sagen, um was es überhaupt geht. Ich war in Berlin auf der Fashion Week und habe mir dort so ein paar Eindrücke machen können und ein paar Eindrücke vor allen Dingen für euch filmen können. Und ja, ich war Backstage unterwegs, ich war auf zwei Schauen und so weiter und so fort. Und das Ganze habe ich natürlich für euch zusammengeschnitten mit Musik unterlegt. Ich hoffe, dass ihr Spaß bei dem Video habt und dass ihr euch inspirieren lassen könnt von mir. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ebenfalls ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Und was ihr natürlich auch machen könnt, ist das Video positiv bewerten. Hier könnt ihr auf magisch klicken, falls ihr es dann gemocht habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt gehe ich wirklich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.